Und weiter geht's ihr Lümmels mit einem neuen Video hier in Russian Fishing 4 und ich bin nach langer Zeit mal wieder ein bisschen hier auf Karpfen unterwegs und teste gerade Karpfen an der alten Festung, also tendenziell eher für etwas kleineres Setup geeignet. Nichtsdestotrotz stehe ich hier natürlich mit den etwas dickeren Ruten, weil wer hat der hat, aber vom Durchschnitt der Fische, die ich jetzt hier so die letzte Stunde schon rausgezogen habe, kann man sagen, ja Wolski, auch so ein schöner schwarzer Amur, zweite Mal übrigens schon gebissen, der wird mir natürlich noch als Trophy fehlen, nehme ich natürlich auch gerne mit. Und ich bin hier mit relativ simplen Setup, allerdings nicht mit Level 12 Anfänger Setup, das heißt, wenn du denkst, geil Alter, alle Festung ist ab Level 12, easy, ich renne da mal eben hin und dann hast du da deine 0815 Discounter Routen aus dem Sparangebot, Alter, dann wird das natürlich nix. Heißt also hier, ich sag mal so im Schnitt ein 10 Kilo Setup, wäre nicht schlecht, besser natürlich, du gehst hier hin mit einem vernünftigen Setup und hast dann schon die Alpha als Rolle gekauft oder eben als Karpfenangler die HSV als Rolle und dementsprechend dann schon das Setup so eingestellt, dass du hier so um die 15 bis 20 Kilo Setup hast, dann ist es natürlich deutlich angenehmer. Gucken wir gerade mal eben rein. Es ist alles schön kunterbunt gemischt. Ich habe hier unten gerade noch ein bisschen rumprobiert, da sind tatsächlich auch noch ein paar Giebel reingeballert und dann hat sich das jetzt in der letzten Stunde doch relativ gut herauskristallisiert in Richtung Schuppenkarpfen. Zwischendurch halt nochmal der ein oder andere Amur, jetzt gerade der schöne schwarze Amur. Ich habe gerade nochmal neu gestartet, weil ich vorher hier Futtermische drin hatte, die ganz normale Standard Karpfenfuttermische und das allerdings auch erst, nachdem ich hier vom Köder relativ safe war, relativ sicher. Ja, ich hatte zuvor, hatte ich jetzt drinne die Banane als Köder, ich hatte drinne Himbeere als Köder und Preiselbeer mit dem Dip Preiselbeerkräuter, alles durchgegangen. Was hatten wir noch drin? Ich glaube das war es. Diese ganzen, diese ganzen fruchtigen hatte ich drin. Ah, die Johannisbeere auch noch. Schwarze Johannisbeere hatte ich auch noch mit drin, genau. Und es ist tatsächlich so, dass die Preiselbeere mit dem besten Effekt hatte. Banane, ja, war okay, war ja lange Zeit hier ein vernünftig laufender Köder, ging. Allerdings war mit der Preiselbeere dann doch die deutlich höhere Frequenz. Alles in allem, insgesamt hat es anfangs ein bisschen gedauert, deswegen habe ich jetzt auch gerade nochmal neu gestartet, frisch ausgeworfen und das waren jetzt gerade auch direkt die ersten zwei Bisse nach dem Neustarten und Auswerfen. Keine Futtermische jetzt gerade zur Zeit drin an der Stelle und ja, es ging halt direkt los, aber ich denke es wird ein bisschen brauchen, ob das daran liegt, dass dann da die, die ganze, dieser Dip sich dann da erst verteilt. Ob der sich überhaupt verteilt, keine Ahnung, aber es ist zumindest so, dass es ein bisschen gebraucht hat beim letzten Mal, bis dann der Spot aktiv war. Aber ihr seht, es fängt auch hier schon wieder an zu bimmeln. Es lübt. Ja, welche Stelle ist es denn hier eigentlich? Gucken wir mal auf der Map. Komplett simpel. Spawn, aus dem Tor rausgehen, Route reinwerfen, rausziehen die Karpfen. Easy, so soll das sein. Ganz easy, ganz simpel. Joa, kleine Giebel hier auch noch dabei. Bestimmt, ne? Ne, winzige Schuppis. Winzige Schuppis. Ja, also das, das Durchschnittsgewicht der Schuppis, es sind natürlich einige echt kleine mit dabei. Vom Setup gehen wir natürlich auch gleich nochmal drauf ein, was das alles für ein Setup ist. Ähm, aber im Großen und Ganzen ist es nicht so, dass man hier, wie gesagt, mit einem, ähm, ne, ich sag mal mit einem Anfänger oder ich sag mal so mit Game Set, dass man das hier nicht schafft. Kohlemäßig sah das auch schon ganz gut aus. Gucken wir gerade mal eben rein. Von der Skillung her ist es so, dass man dann hier beim Grundangeln, ähm, ja, natürlich stationär und, äh, Karpfenrute vielleicht sogar dann geskillt hat. Ähm, mit der Haar-Montage habe ich es noch nicht probiert. Ich bin hier auf Pop-Up-Rig mit dem Pop-Up-Rig reingegangen, voll geskillt natürlich. Also, wenn ihr hier schon so weit seid, Grundangeln so weit durchgepusht habt, dass ihr Pop-Up-Rig verwenden könnt, ran hier an das Gewässer. Ja, und dann sieht das Ganze so aus mit dem Setup. Pop-Up-Rig, relativ entspannt auch. Ich bin auch mit einem eher kleineren Haken noch, ich sag mal fürs Karpfenangeln, normal großem Haken. Einser-Haken, ähm, hat eine ganz vernünftige Frequenz. Und beim Pop-Up-Rig gibt es ja verschiedene Einstellungsmöglichkeiten, wie man die Pop-Up-Köder kombinieren kann. Hier ist es die erste Einstellung, ähm, nur Pop-Up-Maiskorn. Das heißt, ich angle hier die ganze Zeit nur mit dem Mais, ohne Boily. Das Ganze dann allerdings auch hier in den Preiselbeer-Dip reingeballert und ohne PVA. Kann man mit Sicherheit auch noch ein PVA mitmachen. Ich weiß, es gibt bei den Karpfenanglern auch einen Preiselbeer-PVA. Ähm, das sollte doch bestimmt auch hier funktionieren. Zack, da geht auch schon wieder was ran. Aber auch das tendenziell eher ein bisschen was Kleineres. Die will man natürlich nicht. Allerdings kann man die auch natürlich hier schön als Fischfetzen verwenden. So, relativ entspannt. Ja, gucken wir gerade nochmal sonst vom Set. Ich bin natürlich hier mit den Karpfenruten und den Tagaras hier, ähm, ja, mit 26 Kilo Bremskraft hier auf rund 32 Kilo, 31 Kilo Setup unterwegs. Beziehungsweise mit dem Vorfach hier runtergegangen bis auf 27. Äh, farblich angepasst. Alles im grünen Bereich, weil ich ja auch hier in einem grünen Tümpel rumhant hier und, äh, in der Grütze hier reinwerfe. Deswegen eben alles auf grün. Und, ja, wie gesagt, bisher lübt es. Ich bin ganz zufrieden. Äh, vom Kescher her gucken wir gleich mal, ähm, ob da nicht noch was bei ist, was wir vielleicht im Kaffee abgeben können. Das wäre nicht so schlecht. Insgesamt vom Gewicht her, ja, bis zu 10 Kilo war jetzt der schwerste. Also auch da noch tatsächlich, ähm, recht entspannt. Kann man einfach mal mitnehmen. 10 Kilo Schuppis. Die Frage ist natürlich dann, wie ist die Frequenz? Und, ähm, hier sieht man zum Teil, ne, 44, 43 Minuten, 43, also innerhalb von einer Minute. Tam, tam, tam. Dann wieder eine kleine Pause. Aber dann ballern sie hier auch wieder innerhalb von ein, zwei Minuten. Ne, also ihr seht, ähm, immer mal wieder eine kurze Pause. Aber dann durchaus auch mehrere Bisse in Folge. Und, äh, so war es jetzt die ganze Zeit. Deswegen teste ich auch hier gerne noch weiter. Ich war zuletzt auch noch an den anderen klassischen Karpfenstellen. Einmal natürlich hier oben, beziehungsweise hier. Das sind zwei Positionen, wenn ihr selber noch ein bisschen rumprobieren wollt. Ähm, ich denke, ich werde auch hier nochmal ein bisschen andere Stellen testen. Einfach auch mit Preiselbeer. Einfach da nur dieses Maiskorn. Mehr nicht. Und Dip. Ohne PVA, ohne alles. Wenn es dann eine Stelle gibt, die funktioniert, kann man immer noch mit PVA aufrüsten. Und es im Idealfall optimieren. Also von den Stellen her, hier oben, hier oben. Dann von hier aus Richtung Brücke. Beziehungsweise von hier aus hier rüber kann man natürlich auch machen. Also dieser Bereich. Und natürlich hier unten die Ferse vom Fuß. Unten in der Ferse ganz knapp irgendwie. Ich glaube, das sind nur so 5, 6 Meter. 6, 7 Meter vielleicht. Die man da reinwirft. Also das sind für mich so die wichtigsten Karpfenstellen. Ähm, ab und zu kann man es auch hier probieren, wo der klassische Altspot ist. Durchaus mal eine Möglichkeit, auch da auf, ähm, Amure oder so zu gehen. Beziehungsweise gegenüber. War ja vor einigen Monaten auch eine gute Stelle. für dicke, fette Karpfen. Ja, und ihr seht, es klappt schon wieder. Es läuft schon wieder langsam an. Also, so langsam. Ballert er rein. Ich habe auch hier einen Clip natürlich gewählt. Und, ähm, der liegt so bei 10, 11 Metern ungefähr. 10, 11 Meter. Rausgejubelt das Ganze und dann gib ihm. Praktischerweise kann man dann natürlich auch hier die, äh, ganz normale Karpfenmische nehmen. Und hier ist es, Karpfen. Die hatte ich vorhin, wie gesagt, auch einmal rausgeschmissen. Und, ähm, ja, funktioniert. Ist halt so eine, so eine Basic, ne. Man, man, äh, lockt die halt so ein bisschen an und ab dafür. Ich habe gerade überlegt, ob ich mal die Graskarpfenmische reinschmeiße. Wäre vielleicht auch mal eine Idee, oder? Soll ich einfach mal machen? Ich ballere einfach mal rein. Graskarpfenmische. Hatte ich das letzte Mal jetzt nicht. Halt, ah, ein bisschen weiter. Eins. Der war natürlich jetzt fail. So, genau. Bisschen überhalb. Genau. Zack, zack, zack. So. Jetzt ballern hier natürlich auch schon gerade welche rein. Die zählen natürlich noch nicht. Zur Mische ein noch. Ich glaube, das waren jetzt so ungefähr zehn Stück. Also, die gesamte Area jetzt hier vollgeschmissen mit Graskarpfenmische. Und das Ganze braucht jetzt natürlich gerade einen Moment. Also, die ziehen wir jetzt raus. Und dann sollten erst die nächsten natürlich aktiviert sein. Vielleicht kommen wir dann damit, so, der ist jetzt ein bisschen weiter. Vielleicht kriegen wir dann damit tatsächlich noch gezielter die Amure auch hin. Wäre nicht so schlecht. Zack. Weil sie ja auch eigentlich da sind. Ihr seht hier, zack. Ja, jetzt nochmal der Karpfen. Aber gerade der schwarze Amur und der normale weiße Amur, die hätte ich halt auch beide gerne als Trophy. Und wenn man die hiermit jetzt schön nochmal ein bisschen triggern könnte, wäre es schon gut. Ja, aber im Großen und Ganzen ist es das. Ich werde das jetzt gleich nochmal ein bisschen testen. Wir können ja jetzt schon mal eben reingucken. Wie gesagt, eine Stunde oder jetzt bald eine Stunde dreißig bin ich ja jetzt schon hier. Gucken wir mal eben kurz ins Café. Wie da die Situation ist und was das denn insgesamt so an Kohle gebracht hat bisher. Ob sich das denn überhaupt auch lohnt. 15 Kilo Amur. Der ist leider noch nicht da. Beziehungsweise 33, 34 Kilo Amur. Das wäre natürlich ein Traum. Aber den hier mit 3 Kilo, den kriegen wir doch schon hin. Und ihr seht, da sind auch schon mehrere dabei. Mit 3 Kilo Plus. Also die 22 Silber nehmen wir natürlich gerne mit. Übrigens, wenn noch nicht geschehen und dir das Ganze hier gefallen hat, einen Daumen vielleicht da lassen und den Kanal abonnieren. Für den maximalen Support. Alter, Dankeschön. Und dann gucken wir hier nochmal eben ins Café. In den Fischmarkt. Beziehungsweise hier nochmal rein. Und gucken, was wir hier an Kohle gemacht haben. Die kleinen, die könnte man natürlich noch alles schön zu Fischfetzen machen. Und wahrscheinlich sogar die Schuppies. Guck mal hier, die bringen gar nichts sozusagen. Bis, ich sag mal, vielleicht so bis 2, 3 Kilo. Ich würde sagen, unter 1, 2 Silber. Da kann man das hier vielleicht alles sogar noch zu Fischfetzen verarbeiten. In Gänze jetzt 200 Silber. Das ist doch schon mal ganz nett. Aber hier haben wir eben die Kandidaten, die die Kohle bringen. Deswegen einfach nochmal schön gezielt auf die Amure. Ihr seht es hier, ab 5 Kilo sind wir schon bei 10 Silber. Das ist halt ziemlich geil. Direkt daneben hier auch der Schuppie. Auch da 5 oder fast 6 Kilo auch 10 Silber. Also die nehmen wir halt gerne alle mit. 5, 6 Kilo Bereich. Das ist halt ideal und schwerer. Deswegen rein damit. Und jetzt markiere ich nochmal, sagen wir mal von hier bis da. Die verkaufen wir. Und der Rest an Kleinkram. Den mache ich dann in der nächsten Happy Hour schön klein zu Fischfetzen. Und hoffe, dass ich damit halt noch ein bisschen skillen kann. So, werfen wir nochmal eben einen Blick hier auf den Spot. Ich hoffe, ich habe ihn jetzt hier nicht versaut mit der, zack, mit der Graskarpfenmische. Aha, wieder mein kleiner Giebel. War vorhin auch schon dran. So, ja, wie gesagt, vom Clip her 10, 11 Meter. Geworfen habe ich jetzt auch die Bällchen zwischen 10 und 11 Meter. Ich teste jetzt hier noch ein bisschen. Ich würde sagen, ran hier an den Speck fürs Entspannte. Mal eben ein paar Karpfen ziehen. Ist das hier, glaube ich, eine ganz gute Sache. Vor allem, wenn man wenig Zeit hat und einfach mal direkt die Routen auswerfen will. Gar nicht erst irgendwie lange zum nächsten Spot rennen möchte. Ist sowas natürlich immer perfekt. Direkt vor der Tür. Zack, den nehmen wir auch nochmal eben mit. Und sogar noch eine Karausche hier ran und bekommen. Ist ja der Hammer. Also, Petri ihr Lümmels. Ran an die Fische. Und wir sehen uns im nächsten Video oder im Livestream auf Twitch. RF4 gibt es da immer montags, mittwochs und freitags. Bis dahin. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Bis zum nächsten Mal.